Der Markt ist zurück, zumindest mal ein bisschen, so könnte man zumindest mal glauben. Schauen wir uns das Ganze mal an, was es damit auf sich hat und wie wir die aktuelle Situation dort einschätzen sollen. Besonders interessant finde ich den DAX im Moment gerade im kurzfristigen Chart, so im 5-Minuten-Bereich. Wir sehen, dass der Kurs hier ziemlich heftig nach oben gekommen ist und jetzt gerade genau das macht, was ich eigentlich gerne mag, nämlich ein Korrektivmuster hier in diese Richtung, also nach unten korrektiv hängend, A, B, C. Das ist genauso, wie wir uns das idealerweise vorstellen. Das ist natürlich immer kein Beweis, aber es ist zumindest mal ein Hinweis, dass die bullische Seite sehr stark ist. Wir sehen, dass wir fast bis an die 38er runtergelaufen sind. Die korrektive Struktur, bin ganz begeistert, sieht auch gut aus. Also der DAX eigentlich in guter Chance, sobald die Korrektur zu Ende ist, das, was wir hier vorne haben, noch mal zu sehen. Wann ist die Korrektur zu Ende? Ja, das ist immer die Frage, aber ein Indiz dafür, natürlich kein Beweis, ein Indiz dafür ist, wenn wir so dieses Zwischenhoch hier nach oben durchstoßen kommen, das machen wir auch schöner, wenn wir dieses Zwischenhoch hier nach oben durchstoßen, dann haben wir zumindest nicht mehr diese Logik, fallende Hochs, fallende Tiefs. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass der Kurs dreht, aber es ist zumindest ein Hinweis, dass der Kurs weiter nach oben geht. Eine Alternative wäre natürlich, dass du sagst, ja, aber doch jetzt noch nicht, Rüdiger, du hast doch keinen Plan. Wir gehen noch mal tiefer, also noch mal weiter fallende Hochs, noch mal weiter fallende Tiefs. Dann wäre später das hier sozusagen der Trigger. Es ist jetzt unwesentlich tiefer, aber eben so von der Logik einigermaßen nachvollziehbar. Vielleicht noch ein Hinweis zur Abwärtsbewegung. Der Markt ist ja nach unten gegangen und ich hatte gesagt, so was sie, ja, relativ drucklos. Drucklos, das muss ich vielleicht erklären, weil er ist ja doch deutlich runtergegangen und da gab es natürlich Feedback, ja, hier, das ist doch nicht drucklos, das ist doch hier schon mit Schmackes. Was ich mit drucklos meine, ist, wenn der Kurs in der Trendbewegung dauernd Gegenbewegungen macht, die sich mehrfach überschneiden, dann ist das eigentlich kein Zeichen für Druck. Druck ist etwas, wenn der Markt sagt, ich mache keine Gegenbewegung mehr, ihr könnt euch auf den Kopf stellen, ich laufe in eine Richtung. Das haben wir hier in dem Sinne nicht. Also zumindest mal für den DAX ist das eine Bewegung, die nicht jetzt das massive, impulsive Gehabe hat, eine Haupttrendrichtung sozusagen, sondern aufgrund der vielen Gegenbewegungen mit ewigen Kursüberschneidungen, im kleineren wie im größeren, das sieht normalerweise so aus, wenn das eher korrektiv ist. Man kann sich darüber streiten, ist das wirklich eine Korrektur, dafür ist sie dann doch ziemlich zügig runtergelaufen. Ja, aber sie hat eben dieses Druckhafte, nicht druckhaft, das ist druckhaft hier im großen Bild jetzt hier oder von mir aus dieses hier, na, da sieht man es jetzt nicht mehr, aber so eine Bewegung wie hier, da ist kaum Rücksetzer dabei, wenn ich dann hier angucke, wie viel Bad der Chart hat, dann seht ihr da den Unterschied so ein bisschen. Also das vielleicht nochmal als Begriffserklärung dafür, ob das besonders stark in die Richtung geht oder eben nicht. Es ist also aus meiner Sicht nicht alleine die Richtung entscheidend, auch nicht alleine die Entfernung, sondern es ist entscheidend, welche Bewegungsabläufe sozusagen sich dahinter verstecken, ob die Leute wirklich in Panik geraten oder ob sie schnelle Gewinne mitnehmen wollen oder müssen oder ob sie in die andere Richtung euphorisch sind und sagen, kann eh nichts passieren, es geht nur noch nach oben beispielsweise. Also richtungsmäßig geht das in beide Richtungen von der Überlegung. So, jetzt haben wir beim DAX da doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Mal gucken, wie es bei den Amerikanern ist. Und da ist es doch immer schön, wenn die möglichst gleich aussehen. Ich weiß, das ist immer noch so, dass der grobe Tenor ist, die müssen doch immer gleich sein. Die müssen natürlich nicht immer gleich sein. Wir wissen ja, selbst die amerikanischen Indizes. Ich habe mich heute Mittag mit einem anderen Händler unterhalten, der auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren im Markt ist. Und er sagt, ja im Moment ist es blöd, weil unsere Ansätze fokussieren sich so ein bisschen auf den Gleichklang. Das heißt, wenn DAO, DAX, DAX vielleicht jetzt nicht so sehr, aber wenn DAO, S&P und Nasdaq gleich unterwegs sind, dann haben wir da die schönsten Signale und dann können wir auch handeln. Aber unser Ansatz erlaubt es eigentlich gar nicht, dass dann irgendeiner ausschert. Jetzt ist es aber so, dass da gar kein Gleichklang ist. Am ehesten noch vielleicht zwischen S&P und Nasdaq, aber zum Beispiel Dow Jones oder der breite Aktienmarkt, gemessen hier zum Beispiel am Russell 2000. Machen wir mal hier diese Annahme mal weg. Das ist ja nur ein Beispiel. Das ist jetzt nicht die vorrangige, vielleicht die latent vorrangige Überlegung hierzu. Das würde ich schon sagen, aufgrund auch hier der Steilheit der Bewegung, halte ich es für durchaus realistisch, dass wir das, was wir da vorne hatten, hier hinten nochmal bekommen und wir dann eben da irgendwo landen. Da sehen wir, dass das Verhalten hier der breiten Aktien, hier sind 2000 Aktien drin, ganz anders ist als der wenigen wichtigen Druckaktien aus dem Nasdaq beispielsweise. Nichtsdestotrotz ist auch hier die Chance für eine weitere Abwärtsbewegung nach wie vor da. Hier ist durchaus Druck gegeben. Also für den Nasdaq ist hier eine heftige Abwärtsbewegung, in diesem Teilstück zumindest mal. Insofern allerdings noch offen, weil das per se ein korrektives Verhalten ist und es hängt jetzt davon ab, wie reagiert er hier. Ist das in einer Schubbewegung nach oben und wackelig nach unten, dann ist das ähnlich wie der DAX mit besten Chancen ausgestattet, nochmal nach oben zu gehen. Und zumindest mal hat man den Eindruck, dass das aufwärts schon mal Schub ist. Hier seht ihr den Unterschied. Gegenbewegung, Gegenbewegung, auch hier Gegenbewegung, die sind überlappungsfrei. Das heißt, hier ist ein gewisser Druck erstmal da. Druck heißt jetzt nicht, oh, hier unten ist Druck, dann klettert das auf 20.000. Das ist natürlich überhaupt kein Zusammenhang da. Aber dieses Teilstück ist erstmal mit Schmackes da. Und das nach diesem Teilstück, das auch mit Druck noch nach unten war. Ihr seht das hier, dieses ebenfalls hier und da Gegenbewegung, aber ohne Überlappung. Das heißt, der Abwärtsdruck, der bis dahin vorgeherrscht hat, ist hier konterkariert worden durch eine Gegendruckbewegung. Das ist ein komischer Begriff. Eigentlich verwende ich den Begriff Druck da gar nicht so sehr. Aber ihr seht das, oder auch hier im Gesamthaften, hier war eine Pause, hier war eine Pause, hier, die ist noch annähernd so. Hier vorne war eine, hier vorne hat man noch Überschneidung. Das ist noch etwas, was am Anfang noch offensichtlich nicht klar war. Aber das hier ist dieses hier, wo wenig Rücksetzer waren. Und wenn, kleine und ohne Überschneidung. Hier übrigens in die andere Richtung. Hier ist ebenfalls Druck, weil wenig bis keine Überschneidung hier. Also selten meine ich damit, bis keine Überschneidung hier. So, jetzt wird es hier nochmal spannend werden, wie es hier dann weitergeht. Das sieht zumindest mal von da nach da nicht korrektiv aus. Und es besteht hier durchaus die Chance, dass wir, weil wir hier vorne ja schon in 5 Welle haben, die Korrektur also von hier beginnt bis da möglicherweise, oder vielleicht geht sie ja noch ein bisschen tiefer. Wir haben eine Chance nach oben. Also Trigger auf der Oberseite. Ähnlich wie beim DAX würden durchaus eine Chance haben, hier nach oben noch weiter das zu erlauben. Wichtig! Wir müssen auch wirklich triggern. Beim DAX, so in den letzten paar Minuten, es sieht im Moment nicht nach Triggern aus. Solange er nicht triggert, bitte nicht dann sagen, ah, dann gehe ich da vorher schon mal rein. Das ist wirklich der Griff ins fallende Messer. Wirklich diese Bestätigung eben entsprechend abwarten, wenn wir die bekommen. Im Moment also der amerikanische Markt nicht wirklich motiviert auf dem Weg nach oben, jetzt hier im Nahkampfchart ebenfalls nicht. Es ist also noch Potenzial für weiter nach unten da. Wir haben es gestern eingezeichnet. Also da ist das unverändert das Bild. Also Rücksetzer auch bis 4.500 gehen noch. Wie gesagt, alles bis dahin noch in einem durchaus übergeordneten Korrektivenmuster und noch nicht wirklich in der Pflicht, weit nach unten zu kommen. In der Fähigkeit vielleicht schon, aber noch nicht zwingend in der Pflicht. Wir werden das wohl sehen, was da draus passiert. Also im Moment so ein bisschen die Chance im Nahkampf hier, 5-Minuten-Chart, dass der Kurs heute Nachmittag nochmal eine Chance nach oben hat, aber viel tiefer sollte er dann jetzt auch nicht mehr gehen. Denn ihr könnt euch vorstellen, ich habe eben argumentiert, das ist eine starke Abwärtsseite. Da hat er toll gekontert. Ja und das? Da ist doch wieder ein Konter auf der Seite. Also insofern, also je länger der ist, desto doofer wird es, wenn der sich noch nachher dreiwellig ausartet und dann hier einen Trigger bietet, dann sagt man, oh super, dann kann ich doch wieder long gehen. Okay, aber das ist dann eben erst, wenn diese Sache noch passiert. Die wissen wir ja noch nicht, ob die tatsächlich stattfindet. Also das Ganze noch im wechselhaften Spielchen. Jemand hatte mir auch gesagt, auch jemand aus der Tradergemeinde, allerdings jemand anders, ein anderer Trader, mit dem ich eng verbunden bin, sagte, ja im Moment ist es halt blöd, weil es dauernd, es wackelt in die eine, es wackelt in die andere Richtung. Das ist auch so das Feedback, was man von vielen hört. Ja, wir sind in so einer korrektiven Findungsphase aktuell und da ist es durchaus angebracht, entweder auf diesen kleineren Ebenen dann versuchen, eben Trades zu finden, zum Beispiel der Art wie hier, Schub nach oben und dann hier dreiwellig nach unten. Ihr seht, das Prinzip geht hier auch im Fünf-Minuten-Chart. Ja, also immer dann, wenn ihr was dreiwelliges seht, was dann getriggert wird, das ist wichtig, immer diesen Trigger eben noch abwarten. Dann ist die Chance eigentlich relativ groß, dass es da noch weitergeht. Das ist nicht immer so. Wer das jetzt hier zum Beispiel gesagt hat, sagt, Entschuldige, das ist doch genau das Gleiche. Ja, da hat es nicht funktioniert. Und der Clou an der Geschichte ist nicht, dass das immer funktioniert, sondern dass der Stopp für diese Geschichte eigentlich dann hier hätte liegen müssen. Das heißt, mein Risiko lag hier. Während ich in so einem Fall eben so viel, vielleicht auf der Gewinnseite, vielleicht ein Teil, vielleicht auch nicht alles davon, aber ein Vielfaches auf der Gewinnseite eben habe, von dem, was ich auf der Verlustseite eben riskiere. Und wenn ich dann eben eine starke Aufwärtsbewegung habe, eine A, B, C nach unten, dann ist die Chance, dass es weiter nach oben geht, halt relativ groß. Das geht übrigens auch in die Abwärtsseite. Also für alle Liebhaber des kurzfristigen Tradings, die können sich das Ganze natürlich im 5-Minuten-Chart angucken. Das Schicke ist, wer jetzt eher längerfristig unterwegs ist, kann das Gleiche natürlich auf vier Stunden oder sogar auf Tagesbasis später ebenfalls tun. Also das Ganze noch ein bisschen durchwachsen. Der DAX mit guten Chancen. Ob der sich allerdings behaupten kann, wenn der amerikanische Markt fällt, werden wir dann wohl noch sehen. Im Moment böte er aber zumindest mal eine Einstiegschance. Und wir haben es eben gerade an der einen oder anderen Zeichnung gesehen. Es ist noch nicht alles verloren. Es ist noch die Chance, dass die Aufwärtsbewegung sich hier nochmal ein bisschen fortsetzt. Als Stichwort 1, 2, 3, 4, 5. Danach eine A, B, C Korrektur. Warum A, B, C? Wir haben hier eine 3-wellige Abwärts, eine 3-wellige Aufwärts, eine Schubbewegung nach unten. Das ist nichts anderes als ein Flat. Und nochmal der Hinweis, was im 5-Minuten-Chart funktioniert, ist nichts anderes, was auch auf Wochenbasis funktioniert. A, B, C runter, A, B, C hoch und nochmal scharf runter. Also das, was wir hier über zwei Jahre verteilt mit Krönung in der Corona-Crash-Situation hatten, ist nichts anderes als das, was wir hier haben. Ich schiebe es mal hier rüber. Das ist exakt das Gleiche. Und wenn ihr euch das anguckt, ah ja, tatsächlich, das ist eine typische Flat-Korrektur. Und die kommt nun mal sehr, sehr häufig vor. Das wäre also denkbar. Bedingt allerdings, dass der Kurs jetzt nicht wackelig hochkommt und nach unten triggert, sondern dass der Kurs jetzt ein bisschen steil nach oben, ein bisschen wackelig runter. Denkt dran, so ähnlich wie wir das hier hatten. Wenn wir das hier nochmal bekommen, wissen wir, dass da noch ein bisschen was nach oben losgeht. Also in diesem Sinne euch jetzt erstmal viele eigene gute Ideen, wie ihr das Ganze vielleicht umsetzen wollt oder könnt, wenn ihr denn da zu willens oder in der Lage seid. Euch jetzt erstmal alles gut. Gute vor allen Dingen, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. Danke. Vielen Dank.